Action! Ja! Liebe Leute! Hallo! Was machen wir denn heute? Was schönes! Wir besaufen uns und ficken uns gegenseitig in den Arsch! Das machen wir, stimmt's? Das machen wir! Ich hab jetzt einen anderen Satz erwartet, ich weiß! Oder anders formuliert Wir trinken wieder mal OPC Oligomere freie radikale Fänger Blutverdünnt Zerstärkend Vitamine weiterleiten Das ist das Sündeste, was es gibt, OPC Das ist sehr viel in Wein drin Ach, wie süß! OPC ist Bedicht OPC ist in Wein Und Mach mal auf Ich hab einmal eine Hand Nur drehen, ich mach die Rest Ich hab jetzt ganz gesputzt OPC Kann man sich auch als Pulver kaufen oder einfach Weintraubenkerne knacken mit dem Deckel, weil ich Und ich hab da einfach drauf Oligi, wir machen dich wieder nach! Muss sein, bald ist so! Wir lieben dich! Ähm Aus tiefstem Herzen Du bist das Wertvollste, was in unser Leben gekommen ist Der beste Zuschauer, der in unser Leben gekommen ist So! Läuft die Kamera? Wo war man stehen geblieben? Die Bierne her Nein, wir haben alberne rum Aber das tut doch gut Nein, wir machen das wirklich alles, was wir gesagt haben Okay, ja, stimmt Und Ähm Dazu übst du noch Klumpen Fett Schmierige Veganer Hier Die ist sehr lecker gewürzt Diesmal Cola, nicht vom Hundenetto, sondern vom Grofland Nur 1 Kalorien die Tonne Nur das ist Senf Bei anderen machen die immer so viel Brandweinessig rein, dass es eine Nasenflüge weg geht Das ist nicht wirklich scharf Senf ist eigentlich nicht scharf Das beißt nur, weil Brandweinessig viel zu viel drin ist Geht gar nicht Hat nichts mit mehr richtig zu tun Nichts mit die Würze Nichts mit Pfeffer Nichts, gar nichts Einfach nur dieses bekloppte Brandweinessig, der dir alles weg ätzt Und der hat so gut wie keinen Das ist sehr milder Senf Und wir lieben ihn Es ist der beste Senf, den es gibt Den gibt es auch noch sehr selten Ist auch schwer am Glas zu bekommen Bei uns hier am Außen Nur der hellgrüne Löwensenf Wirklich nur der hellgrüne Löwensenf beißt nicht Nur bei uns hier am Außen Wir wissen gar nicht, wie man am besten verkaufen geht Großartig Irgendwo wird sicherlich mit der Lage im Glas geben Irgendwo gibt es den bestimmt, ja Das meine ich Und Ich wollte mal in den Rieden gucken Brunnen-Senf geht auch noch Aber sogar der süße Bautzner beißt Der süße Senf Der weiße Der von Bautzner Selbst der beißt Selbst der hat zu viel Brandweinessig Obwohl er keine Schärfe hat Aber das Brandweinessig ätzt Einherzweck Also Alle, alle Hersteller Seid Arschlächer Wenn der Brandweinessig reinpackt Wenn er einen Senf Lass das Nicht mehr machen Dann draufschreiben Ist es süßer, mühder Senf Nein Der Brandweinessig reinmacht Ätzt er eine Nasenflüche weg Das will hier keiner Wölft der Nasen und Tränen kommen Und oh, geht gar nicht Ja Nützt es mal Ein bisschen Essen für Und Da Können wir was Wir jetzt essen Warten wir wieder auf Diesmal knusprige Pommes Nicht so labbrig Weil wir haben Essen diesmal gleich Beim letzten Mal so ein Essen 2 Stunden stehen lassen Na, wir freuen uns Ich nehme mal auftauchte Pommes ist das Das ist Ne Pommes ist mit Mein Lieblingsessen Neben Lasagna und Pizza Ja, der Sand hat sich immer schon Sehr oft gemacht Vegetarische und so Und Vegane Diesmal nur eine kleine Weil er nicht spendet Und ich spendearm bin Nur eine kleine Aber dafür ist er dick Och Gott Und flüssig Und flüssig Aber dafür ist er deutlich dicker Als beim letzten Mal Das ist eine ordentliche Pizza Und deswegen habe ich jetzt Genauso viel davon Aber letztes Mal hat man Mittag reingebaut Da kostet groß so viel Wie die kleine Diesmal nicht Deswegen Das ist wirklich flüssig Darf ich doch noch Mit Mikroela Und Scheiße Ob in die schädlichen Mitteln Mikroela ist gesund Und dann büllst du noch ein Oder Wenn die Toll sagt Das ist ja Ist das so So Und meine Vanessa Hier wieder Egliges Zeug Vier Käsepizza Vier Käsepizza Ne, ist wieder dünn Aber das ist okay Weil ich liebe das Oh, bei den doch Nicht mehr bestellen Doch, das liebe ich Das ist richtig toll Das ist so richtig Guckt euch das an Das ist geil Ich muss unbedingt Wieder vegan Wisst ihr welche Zeige Ich sehe Nämlich zu den Zeiten Als Frauen unterdrückt Worten Und Schalterhaufen Verbrannt Weil diese Frau Hat immer ihr eigenes Willen Und ihre eigene Meinung Und teilt die auch Und dann noch mit Und setzt die durch Pure Eigenbrödlerin Ich kenne gar nicht Ich backe Und mein eigenes Brot Und ich braue Mein eigenes Bier Das könnte man wirklich Mal beziehungstechnisch erwähnen Dass wir beide dominant sind Dass das wirklich schlimm ist Ja, aber ich kann Wenn ich will Devot sein Das ist funktionierend Wenn sie sich fügt Wie eine Sklaven Du kannst es auch Wir sind ziemlich klein Aber Das ist ja auch nicht der Grund Warum ich heute filme Was wolltest du noch sagen? Ich wollte sagen Der Pascal kann sehr dir Wohl sein Wenn er will Was er nie will Weil er zu wenig Dominanz lebt So Zu wenig Information Aber Nein, zu wenig Information Die Leute lieben das Sexorgen Ähm Der Film, den wir heute gucken Das erratet ihr nie Das ist eine DVD Weil wir gucken alles Immer auf DVD Wir zahlen ordentlich Für unsere Filme Wir werden nie Was anderes in Erwägung ziehen Das wisst ihr ja Und ähm Deswegen gucken wir auch Den Film auf DVD Das ist Ja, schaut euch einfach mal Das an Und wenn ich jetzt Auf die DVD runterfahre Da wird euch ganz komisch werden Ich schaue den besten Film Des Universums Und den schaue ich einmal Jahrlich Sonst würde ich sterben Ach, jetzt steht er nicht scharf So, lecker Okay, machen wir was anders Vanessa, was gucken wir denn heute Schönes? Wir gucken Das Leben des Brines Wenn sie eventuell noch nicht gesehen hat Aber ich habe die Szene mit den Falschen gezeigt Und da wollte sie dann gucken Das ist echt zu lang Ja, aber was ich sehr oft geguckt habe Ich festgestellt Ich glaube, ich könnte es sogar bis zu 10 Mal geguckt haben Ich bin doch mal durch die Guckt gegangen Sag mal, was du von den Falschen hättest Der Sinn des Lebens Und den finde ich sehr gut Sinn des Lebens hat sie 10 Mal geguckt Ich nur einmal Aber sag mal, was du von Falschen hättest Ich muss das für ein bisschen Ich kann das auch sehr gut Wenn ich einen Floh markiere oder so Ich kann sehr gut falschen Hopp, hopp, hopp Oder verhandeln Nee, was du von dem Falschen da hättest Das finde ich auch sehr gut Toll Fangen wir als Grunde Ganz effizient wieder Es geht nichts auf Pizza mit Senf Das ist überlebensnotwendig Ist der Senf jetzt nicht warm Und wenn es in eine Mikrowelle kommt? Ja Aber ich muss das für Uliki zeichnen Weil sonst kapiert das nicht Sonst kapiert das nicht Dass das überlebensnotwendig ist Absoluter Notwendigkeit Dass man Senf isst Auf Bommes und auf Weltsame Senf Ich muss ja ein paar Leute sagen Mein Stream, die können sich das nicht vorstellen Ich weiß nicht genau, wer es war Und schmeckt nur mit dem Senf Nur mit dem Löwensenf Nur der Löwensenf Ist da Dass wirklich Senf ist Ohne Schaf Ohne Schaf Also dieses unglaublich flüssige Ding in der Mikrowelle Und, hast du noch irgendwas zu sagen? Willst du euch einen schönen Lebtag? Nee, warte, warte Wie sieht die perfekte Beziehung aus? Äh Was soll ich jetzt antworten? Ja, Alkohol Senf Pizza Weiter Geilen Pascal Zögel müssen, geht nicht mehr Ja, bis der Arzt kommt Und es wehtut Noch irgendwas? Was eigentlich halt Ja Wenn man sich die ganze Zeit körpereigenen Drogen fröhnt Ist nichts schief Geht nicht schief Wenn auch ihr den perfekten Partner wollt Dann bucht euch jetzt ein Coaching von mir Für 60 Euro die Stunde Kein Scherz Auch wenn es so wirkt Nein, das ist okay Manche nehmen mehr Den wirklichen Coaching, ja Ich denke, jemand nimmt 150 für einen Coaching Nicht, dass ich... Also coache Leute jeden Tag auf Telegram kostenlos Aber... Ich denke, ich habe einen kostenlos Weil der sagt immer 120 Euro Auch für euch nehme ich 60 Euro Weil das muss finanziert werden Oder wie hat jetzt noch Licky gesagt Dafür, dass ich die ganze Zeit hinter stecke Würde er kein Geld geben Wie, da würde er kein Geld geben und hinzugucken? Ne, und dass ich die ganze Zeit hinter stecke Dafür spenden sie auch nicht auch noch Und dass ich dann meinen Streams noch nachlesig habe Oh Licky Das geht doch nicht Ja, ja Und so Und jetzt löge ich dir mal auf Oder so Ich lege auf Das ist nicht schlecht Tschüss Tschüss